Hallo Leute, hier ist wieder Sebastian bei BastiTV, der Kanal nicht für Kinder. Deswegen alle unter 13, ihr wisst schon, abschalten. Jo, heute machen wir eine Pizza in einem Grill, habt ihr natürlich noch nie gehört. Und ja, hier haben wir schon mal den Teich. Dafür brauchen wir Mehl, Hefe und Wasser. Das genaue Rezept ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, mein Papa unterstützt mich ein bisschen dabei. Und ja, wir breiten jetzt den Teich aus. Kommt auf jeden Fall mit. So, wir haben schon mal den Grill vorgeheizt. Und ja, wir werden jetzt den Teich hier ausbreiten. Und ja, das macht Papa, weil ich bin zu schwach dafür. Hehehehe. Hehehe. Und ja, hier sind noch mal Zutaten, so wie Schinken, Salami, Käse, Fungi, also Pilze, Ananas. Hier Mais, noch ein anderer Käse und Tomatenketchup. Ja gesagt, Tomatensauce. Auf jeden Fall werden wir gleich probieren, also gleich probieren, wie die Pizza schmeckt. So, also die Pizza wird anscheinend so dünn wie ein Blatt Papierchen. Eieieiei. Mal gucken, ob der Grill schon... Darf ich ihn aufmachen oder was? Auf, ist schon warm. Uff, 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 uff. Oh Gott. Nee, ich bin zu schwach dafür. Hehehehe. Niemand kennt's. Alles den Papa machen lassen. Man kennt's. Und der Mutti. So. Äh, ja, wir, wir seht... Nee, ihr seht das bestimmt. Doch, ihr seht's doch. Hier, hier ist der Teich. Will ich ihn einmal anfassen? Nein, natürlich nicht. Hier. Oh, der ist schon glatt. Und ja, äh, der ist schön rund. Rund. Und, äh, ja, mit dem werden wir ja gleich den Belag drauf machen. Also Schinken und was auch immer da auch ist. Und ja, ich freu mich sehr auf die Pizza, obwohl ich schon sagen muss, weil Papa weiß man nie... Oh. Ich dachte schon, das wird so eine vierjährige Minecraft-Pizza. Doch, können wir doch machen. Für mich eine Minecraft-Pizza. Wir haben aber leider einen runden Einsatz im Bereich. Und hier, die Tomaten-Ketchup, ne, ich meine, Soße natürlich mit kleinen Stückchen drin. Und das machen wir da rauf. Hm, vielleicht seht ihr was? Also auf der Kamera sieht das aus, als wäre das eine ganz professionelle Pizza, die ich hier mache. Aber wenn man das so wirklich anschaut, weil von der Sicht sieht das aus, als wäre die ganze Pizza so, ja, mit Tomatensauce vollgemacht, obwohl das nicht so ist. Nicht alles wurde gelegt. Okay, ich glaube, das reicht. Ich weiß. Genau, was machen wir als nächstes? Ich mache als nächstes mal den besten... Ja, Käse. Erstmal Käse. Ja, sag ich doch. Das ist Mozzarella-Käse. Ja, Mozzarella mag ich, ne? Ja. Gut, da machen wir richtig viel rauf, auf meine... Ich bin ein Profi. Oh, das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, ihr seht das noch nicht, aber hier... Ach, das seht ihr eher als Endergebnis noch. Salami kommt auch noch rauf. Aber erst mal die Schinken drauf. Hier seht ihr die Schinken. Und ja... Dann mache ich mal Salami drauf. Hier, ihr seht die Pizza. Ja, Mama, muss ich auch mal sehen. Die ist für mich ganz alleine, nicht für euch. Oder auch für euch nicht. Für mich ganz alleine. Oder wer abonniert, bekommt eine Pizza von mir. Ja, genau. Jetzt spämen wir alle mit Abonnieren. Ne, so schnell mache ich keine Pizza. Ich bin kein Magier. Ich warte, bis Papa eigentlich mit seiner Pizza fertig ist. Das dauert anscheinend sehr lange. Ah, jetzt schneidet er eigentlich. Und dann, nach Käse, Mozzarella. Bisschen Gouda-Käse. Ja, so ein kleines bisschen. Das ist bisschen. So, jetzt machen wir die erste Pizza rein. Also von meiner Mama. Und ja, die kommt jetzt in den Grill. Ich glaube, ihr seht das. Jo. Und dann, also jetzt kommt meine rein. Und Papas kommt dann irgendwann später rein. Ei, 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 das wird schwer, weil die groß ist. Upsi. Müssen die Ränder da auch nicht ein bisschen hoch gehalten werden? Wie bei Mama? Boah, das sieht ja schon richtig lecker aus. Aber das pumpte sich richtig schnell auf. Gerade bei Mamas Pizza. Da hat sich ein richtig großer Berg aufgemacht. Na gut, meine sieht auch lecker aus. So, das ist meine Pizza, die ich gleich essen werde. Noch ist sie ein bisschen heiß, aber auf jeden Fall sieht sie lecker aus. Ja, ich kann sie ja mal nochmal zeigen. So. Ich bin ein guter Pizzakocher, sage ich mal. Und ja, dann sage ich mal, ich lege die Pizza mal zur Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Keinen Dislike. Abonniert meinen Kanal. Folgt mir auf TikTok, Instagram und Facebook. Und dann sage ich mal, guckt an meinen Shop vorbei. Und dann sage ich mal, tschüssi Leute. Und dann sage ich mal, tschüssi Leute.